Mein Blödsinn ist letztlich nicht gut Ja, da ist ne Typen in der Fotze Ey, aber Lukas, ich konnte nicht mehr als ich... Ich denke so komplett aus random an Megumin Chunchumaru Und dann google ich erst so was das bedeutet Lover of da Bussi Ja So nennt man mich auch Ja, weil es ist einfach wild Schön, schön, Mann Scheiße Ich könnte nicht so einspeichern, es wär halt so geil Hä, nenn doch den fucking Clan so Äh, wie? Was mach ich auch die ganze Zeit Ich werd nicht aufgehen Ich hab nicht vor, aufzugehen von Vorhander Rude Babies Ja, Story durchspielen zusammen? Fragezeichen Ah, jetzt der Typ Äh, ne, ne, der Bot ist wichtig, der greift dich einfach so an, der respektiert mich Wir müssen den erstmal los Achso, da... Ne, das ist so herablassend, wenn einer den Solo besiegen könnte Also, ja, wir werden respektiert Also, ja, wir werden respektiert Digga, wie diese Spackos genockt werden und insta quitten alle Danke für euren Ups Holy shit Kriegst du die Kills auf? Nein, aber mein teammate hat den grad genockt Also, doch, den den ich genockt hab, hab ich gekriegt, aber mein teammate hat den drücken grad genockt gehabt Ah, nice Hat mal einen Bomb bei mir gemacht Ah, wir haben sogar das gleiche Zeichen in der Mitte Der hat aber seine Ult jetzt ziemlich unnötig eingenutzt Ah, Rude Wer denn? Wer hat sie Ult benutzt? Welk Ah, Rude Was hat er versucht? Der ist, äh Ja, halt hochgeflogen zu einer Stelle, die er gemerkt hat Wo ich jetzt Bertha und hingesprintet bin und nur irgendwie 50, 60 Meter hinter ihm angekommen bin Oh, Rude Ja Ja Droge Wer den Mit Ja Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Assassinen können dich auch verbluten lassen. Du musst bei dir mehr verteidigen. Was? Was hat er geschrieben? Das kann man nicht suchen. Du hast da schon lange Wartezeit. Digga ist mein teammate nutzlos? Treff ihn einmal! Er muss ihn einmal treffen! Holy fuck man! Der hat gerade 60 Schuss in die Luft geschossen! Bei dem Typen der wanted one und Leben ihn war! Wo ist der jetzt? Komm! Get rekt! Mach nochmal komm! Hör doch auf die gleiche Attacke immer wieder Junge! Lern doch wenigstens davon dass ich unsterblich bin! Super! Boah! Diese Welt in meinem Team die hat absolut keine Ahnung wie das Spiel funktioniert! Was ist das Beste? Ohhhh, ne Triple Take, die will ich nicht notice, bin fertig. Ich bin fertig cool. Ohhhhh, ne Triple Take, die will ich nicht ακ und ich bin fertig... Ohhh, eine Triple Take, die will ich nicht machen. Ich bin fertig. Ohhhhh, ne Triple Take, die will ich nicht glauben. Ich bin fertig. Ich bin hier 32 Kills und los gehts auf den Boden. Nein. 1,78. Gleich. Digga, mein Team ist doch zur Nutzung. Was macht ihr gar nix? Wir machen gar nix. Diese Welt hat keine Ahnung, was die macht. Digga, wir haben verkackt, weil die nichts machen. Ach, Mann.